Hensi, könntest du mir mal helfen? Ich heb den jetzt ab. Ja? Ja. Okay. Ist leer, oder? Ja. Probier mal hier Flossen. Die Flossen liegen ab. Die hab ich schon angelegt. Gentlemen. Ist nicht zu schwer. Fast 40 Kilo. 30 Kilo. Sehr der Fisch. 13 Kilo. 12 Kilo. 12 Kilo. Das ist schwer. Was ist der letzte Wicht, gents? Das ist 13 Kilo. 2 Kilo. 10 Kilo. Pineapple Popup. Fischt onen. Korda Kofschenk 8. Huck. Auf einem supernatürlichen 25 lb. Huck link. Huck. 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 Okay, I will turn it this is the other side of the of this nice lovely nice looking wet He was fighting so hard, he was a little snagged in the ladies on the bank here We had a very great time together with Andy here on the banks of Huberto's lake in Emmerich in Germany We had a very very nice social with an original style barbecue, German barbecue This was the first visit for Andy in Germany, he has one common last night A very lovely one, little over 20 English pounds, a long lean fighting machine Let's get this fella back In with Jan's fish Let him go Bye Ja.